So, erstmal looten. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht gut aus. Lass uns sehen, was der Herr in seiner Wiede uns gegeben hat. So. Wir haben ein Verwaltung. Hier können es mögliche Etage sein. Es gibt eine zweite Etage. Eigentlich ist sogar... Eigentlich könnte Lifefire sich noch um sowas kümmern hier. Ist eigentlich Quatsch mit den Revolvern. Die AK ist einfach gut. Du könntest dich um die und um Blendgranaten kümmern. So schlecht ist dein Explosive-Skill gar nicht. Ähm... Dann entladen wir die. Geht mich weiter. Quatschen. Gerät gefunden. Ich habe gehört, dass deine Freunde einen grünen Diamant haben. Ich denke, dass Dinge besser wären. Haben Sie mit Kapitän Piau? Ich denke, dass Dinge besser wären in Grand Chien, mit dem Marquis in charge. Und es ist nicht nur, weil sie mir gesagt haben, das zu sagen. Gerät gefunden. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir sollten es wahrscheinlich nehmen, wenn wir es brauchen. Okay. Hallo da. Okay. Sehr schön. Well, das ist schön. Let's move. Ein Badehaus ist das irgendwie. Also ein Badehaus. Let's go for a walk. Alt-Metal. Was macht ihr denn da? Let's move. All right, all right. Heading out. Oh, see. More of them Commandos. Weebob wissen, dass du nicht hier bist, um den Präsidenten zu retten. Du bist nach der grünen Diamant. Right? Let's go. Was ist das? Hier ist ein Rucksack. Wieder von Murs. Ich habe ein Hostel gefunden. Was? Ich habe ein Hostel gefunden? Auf den Weg. Da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche! E-E-E-E-E-E. Bei mir. Boku. Lamerde. Zehre voll strecker. Boku. Lamerde. Zehr voll strecker! Nicht sogar Elke wird Homrin sehen. Hm. Elke wird Homrin sehen. Ich habe dich nie gesehen. Das ist ein Schade, ehrlich gesagt. Das ist immer der beste Weg, Dinge zu tun. Ich werde nicht einen Ruhig machen. Gehen. Still undetected. Okay. Moving quietly. I will shoot that enemy when available. Quiet. Oh, komm ich nicht rüber. Moving. Stopp, 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 stopp. Ah, Dings schießt. Barry, wir müssen mal tauschen. Du gehst mal dahin. Was? Going. Still undetected. Ja, das geht ja irgendwie nicht. So. Wenn ich klein war, würde ich von allen schlafen. Ein Silenz in den Wurzeln. Der Vierer wird das nicht sehen. Ja, wir schießen mal Einzelfeuer, oder? Wir haben jetzt Blutungsschaden erstmal. Wir verteilen erstmal Blutungsschaden. Zivilisten ist nicht gut. Das gibt immer gleich. Fünf Punkte Abzug. Okay, Nummer eins ist weg. Stopp. Ah, die eine Zivilistin ist da hinten hingerannt. Das ist gut. Uff. Faffi mal. Oh Gott, der schießt seinen Eingern auch wieder den Rücken. Das ist okay. So. So. Sie können das machen. Der Vierer ist schieft Teschner vor mir. Warte. Schrei, dass ich das mache. Warte, wenn man nicht bemerkt hat. Ja? Barry kann vielleicht noch mal schneller Granate reinhauen. Jetzt ist mir zu heiko, du schießt mir in den Rücken. Bleib erstmal liegen, bleib erstmal liegen, bleib erstmal liegen. Ähm, Mr. Barry. Kriegst du das hier hin? Das sind drei Mann auf einen Schlag. Das wär cool, das wär cool. Okay, einer ist, einer ist trotzdem weg. Ich glaube, das war wirklich komplett heiß. Du willst mich schütteln? So, ich habe den falschen Outfit bekommen. Schau mal. Oww. 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 Faffi mal. Hallo, evildoers. Wir sind hier, um dich zu verhören. F***. Irgendwas ist jetzt rot Wir sind jetzt Der, der, der guckt hier gerade blöd Sehr gut Ja, und Barry mit der Schrotflinte, komm Nee, Barry Barry Schrotflintski Oh, Friendly Fire, auf wen Wen hast denn du Friendly Fire hier Ach, da hinten Was Munitionsverbraucht Halt, wir haben ja auch eine schöne Schrotflinte Krieg ich noch einen Schuss hin Ja, komm Komm Jawohl Oh ja, auch nochmal eine schöne Schrotflinte Aber die hat fünf Kostet fünf Okay, Hosen haben wir eigentlich alle Jo, so Das haben wir Ja Da ist nochmal was zum Hacken Livewire hier Oh, hier Da haben wir vom leichten Gewerbe Wir suchen ja eigentlich Irgendwie eine wurde entführt Irgendwie Schussweste hat eigentlich auch jeder Hier war mal mit Wir ziehen ja so ein paar Leute nach jetzt hier Also Merk-technisch Nutzbare Teile Auto 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 Ja, die ganzen Autos blündern So Und hier ist die Quest glaube ich Was ist denn das hier Willkommen Nutzbare Teile Nutzbare Teile Nutzbare Teile Willkommen Ich werde jemanden Find und Kill dich Es ist eine Fine Establishment Für Oh, Am ich Kidding? Es ist ein Brothal Aber Es ist Clean Und Respektabel Und Die Mädchen sind Healthy Ich Die Stadt ist voll von scumbags, die denken, dass sie meine Mädchen abgeben können. Was wird später passieren? Eine Pläge von locusten? Ja. Das wäre biblisch. Es ist eine Fiesta von Liebe und Glück hier in Ponte Gruel. Es gibt Musik, trinken, dans die Straße. Und dann kommt es immer auf der Straße auf der Straße in front of Lelis Rouge. Wir sind die Hauptsponsor des Eventes, aber dieses Jahr die Carnival endet in Chaos, als Schemmerenger begann seine schreckliche Krieg mit den Lugenten. Warum nicht sie mit ihren Spielen und schreien sie? Sie sehen, sie brauchen es. Amen, Frau. Ein guter Mann, das ist er. Ein sehr clean und gut-looking Mann. Und das ist mehr wichtig, er ist eine gute Person. Eine Frau würde ihn schreien. Oh, Frau. Du hast es schlecht. Ich kann sagen, du bist du hart auf ihn schreien. Playing und zu sein koi ist ein Spiel für die jungen, darling. Ich habe keine Zeit auf dem. Ich weiß, er mag mich, aber er würde nicht diese schreckliche Revolution von seinem und einfach aufzuhalten. Grand Chien braucht nicht mehr Krieg. Es braucht Menschen wie ihn und er hat sich nicht mehr Ich weiß, wir haben sie die schönste von meinen Mädchen als Karneval Queen. Dress sie nur in flowers und carryen sie auf auf eine Throne. Dress nur in flowers? This is not very decent. Molly surely looked wonderful. She's a nice girl. Maybe a bit too nice. She was smiling at everyone and you know darling, she has that twinkle in her eye that makes everyone like her. but I guess that's why she was kidnapped by one of those crazy commandos. Mhm. Die wurde entführt? I think it was that lunatic boy with the rifle. He said his name was Smiley. He came here after the ceremony and wanted to see Molly. I told him what I told everyone. She was bathing and besides there was a waiting list. Waiting list for what? Oh. Never mind. I got it. Then he smiled like an idiot and disappeared. An hour later, when I went to check on her, she was missing. If I only knew, he would be dead, darling. Commando or not. One cannot kidnap one of my girls and just get away with it. Lelys Rouge has many friends. All I know is that he was seen leaving town with my Molly and they were going south. and if he was stupid enough to go to the refugee camp, he will be easily found. Just make sure to ask my friend, the shaman, about him. Mhm. There are some foreigners like you who worked with dear old Shimmeringa. His Marquis have a high opinion of Les Mercenaires, but all I know is that one of those buffoons kidnapped my Molly. You seem to know them. I won't ask questions. I just want Molly back. If you can return my girl home, I will see that you are rewarded in the best ways Lelys Rouge can provide to you. Okay. If you want many tato, then... there's nothing in the building nearby and her room is upstairs. I don't know where exactly she was kidnapped from, but I ordered the girls not to move anything. It is strange. We didn't hear anything. But of course the party was quite loud. You know how it is, darling. Anyway, please investigate. But be careful around my girls. Whatever their profession may be, they are not toys. Okay... Missbrauchte Mädchen? No one hurts my girls. No one ever. No matter if you are Léjeune or Marquis or the president of Grand Chien, you may never hit a girl. Yet there are some who did just that. I want them dead. So that everyone will learn what happens when you mistreat a lady. Be a gentleman or die. I love this policy. Here, I'll write them down for you. Make them all pay. And I'll pay you. Fair service for a fair price and mutual respect. That is my deal for all of my customers. We may sell our bodies, but we never sold our human rights. Okay. Please find Molly and return her home, darling. We won't miss her dearly. So. Ready. Spacern. Certainly. Sure. Don't be shy. Do you know Captain Pierrot? If you see him, please tell him that Megan... So. What's your thing? Kentucky Klondike Bar? Panamanian Betting Zoo? Alabama Hot Pocket? What? Oh my! There is some. There is something. There is something. There is something. There is some loot in here. Look. Und hier ist noch mal ein Schreibtisch. Es gibt keine Anzeige für einen Kampf im Raum. Einige von Mottys Kleidungsstücken fehlen. Allerdings scheint hat sie Zeit, sich rauszuschleichen, stand er. Ah, das ist falsch. Wird dann geswitcht, wenn man dem was in die Hand gibt, aha. Hier ist irgendwas mit Molly passiert. Was ist das? In der Badewanne sieht alles noch aus. Keine Anzeichen des Kampfes. Und die Handtücher sind sauberlich zum Trocken aufgelegt. Sie wurde nicht von hier entführt. Ja, sowas. Klickspots sind manchmal furchtbar. Mir war doch grad was. Ach, oben. Nee. Doch. Fußabdrücke. Das muss nicht sein. Ein paar trockene Blume. Der hat da gewartet irgendwie. Wir gehen. Ein paar Infos bekommen. Notizen. Molly entführt. Smiley. Komm her. Junge. Junge. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Es könnte in der Savanne südlich vom Sektor Slums von Paraguay. In E7 könnte es Hinweise geben. In E7. In E7. Da waren wir schon mal. Ach, da haben wir das gefunden. Hier. Wir müssen dann hier hin, glaube ich. Ähm. Da finden wir Molly. Ach, die wollen ja auch noch angreifen hier. Molly Molly. So. Wollen wir alles nehmen? Marktplatz müssen wir noch looten. Let's go, yeah? Let's go for a walk. Fuck. Have you been to Lelyse Roos? Yeah, most of the girls are nice. Some are not nice. Oh, was ist denn hier? The Queen of Karneval. I do not know her name, but I know she is one of the young girls. That's not real bold, right? No. I wonder how I would look dressed only in... Der goldene Thron. Ach so, von Molly. Let's move. I wonder what's... Oh, wait, 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 wait. Da ist, äh, diese Sprengfalle. Da ist ne Sprengfalle. Sprengfalle, Sprengfalle, Sprengfalle. Speichern. I think things would be better in Grand Chien with the Marquis in charge. And it's not just because they totally... ...Infos erhalten. Für die Innenstadt, irgendwie. Moving, as of this moment. What are we then here alles? Bauteile. Bauteile. Doppelläufige Schrotflinte. Da ist noch was... Entschärfen. Und... Hier gibts ne zweite Etage, irgendwie. I will go presently. I have spotted a thing that wants an investigate. Wo denn? I will do. Yes. With certainty. Ach, hier ist nochmal ne Falle. Moving, as of this moment. I will do. Nochmal Teile irgendwo. Hier unten. I will do. I will do. Alles mit Sprengfallen versehen, ja. Also ein Sprengstoffexpert ist echt Gold wert. Moving, as of this moment. I will do. I will do. Objects of unknown value. I will do. Objects of unknown value. We're moving. I am in movement. So, wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben alles. So boss. As you wish. Let's go. So. Ja. Done. Heilen. Das ist natürlich Shit, dass JD hier jetzt gerade dabei ist. Dann kann ich ihn nicht mehr trainieren, ey. Ähm. Oh, Miliz können wir dann ausbilden nebenbei noch. Ah, das kann wieder der andere Typ machen eigentlich. 40 Stunden, das geht noch. Diese Task wird nicht ein Problem für mich. Und ich werde es zufrieden machen. Wer ist denn dann übrig? Live via Barry. Warte mal, wir machen was anderes. Gebiet ausspähen. Hier geht's spähen. Starten. Ich habe initiiertes Arbeit an dieser Task. So. Wurstung reparieren. Sieben Stunden ist erstmal gut. Acht Stunden. 13 Stunden. Reicht erstmal. Gut. Dieses Task wird leicht für die Braves. Ja, das ist ein Angriffstrupp, ja. Bilderlager. C5. Die hier. Das sind 10, weil ich die abfangen könnte. Ich komme hier gerade, hier komme ich nicht durch. Können Sie das noch befreien? 10 Mann. Dann können wir die hier abfangen. Hier oben ist nämlich einer von den Mercs. Der braucht Hilfe. Und dann können wir... Der hat einen grünen Diamanten oder so. Ihr seid fertig mit erkunden. Das ist ein Angriff. Der hat mich nicht mehr geschafft. 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 ausbilden oder war da mal sind hier welche gestorben ich war so mal kurz um 33 33 naja kommen wir erst hoch kommen erst hoch so heilen heilen reparieren mhm mhm sieben stunden, zehn stunden Komm, ich lass ihn mal holen. Ich will mal gucken, ob das irgendwas bringt hier. Das ist mein Freie, Glovni. Ich hoffe, es wird eine gute Mühle, wenn ich es endet. So, den krieg ich nicht mehr eingeholt. Sieben soll einer Kontrolle Savanna erlangt. Weiter. Oh, geheilt. Wir sind alle geheilt. Operationen. Söldner trainieren. Mei. Wir lassen noch mal kurz Sprengstoff laufen. Müssen ja nicht alle können. Müssen nicht alle können. Müssen nicht alle können. Dann könnt ihr schon anfangen mit der Ausbildung der Milizen. Aber das wird teuer. Starten. Ah, ist zu teuer. Da wartet man, bis JD geheilt ist. Ähm. Was kann man denn hier noch ausbilden? Kalina könnte noch ein bisschen Erste Hilfe lernen. Ist aber auch gerade Quatsch. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. ... So, erholung ist beendet. Jawoll. So, er ist mit da, JD ist noch in der Ausbildung, na, ist zu teuer, Verletzung behandeln, ich will diese Tatsache all the love it deserves. Loyalität verloren, warum? Weil ich die da oben nicht retten konnte, oder was? Guck mal, hier ist, was ist denn das für ein Zeichen da? Das für Zeichen sieht eigentlich auch aus wie eine Mine. Das ist ein Minenzeichen, Leute. Oder bin ich blöde? Nee. Diamant, ach, das heißt vielleicht, da ist ein Diamant. Hier haben wir 14 Gegner, hier haben wir 10 Gegner, wir holen uns, glaube ich, erst die Hauptstadt. So, wir sind noch alle am trainieren. Es gibt nichts weiter zu tun in der Zwischenzeit. Doch, 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 Miliz. Nee, wir wollten auf JD warten. Alles, 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 Entscheidungen. Das ist alles zu schwer. Ähm. So. Jetzt, Miliz. Es geht nicht ohne. Ja, da kostet schon deutlich weniger, ne? So, bestätigen. 22 Stunden, das sind dann insgesamt zwei Tage. Starten. Dann kann in der Zeit mit Mr. Dings ein klein bisschen stärker trainieren. Auf jeden Fall. Nee, bestätigen. Fertig. Starten. Ei, 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 ei. Ich weiß nicht, ob wir den gegen Omrin austauschen. Treffsicherheit 79. Treffsicherheit 79. Meisterheit, Geschicktheit, Stärke. Führungskraft 16. 18. Nee, das lassen wir so. Hey, ich werde besser damit. Ja, wir wollen die gleich... Öffel besser. Okay. Leif war ja ein bisschen mehr. Ne, das reicht nicht für... Inventar. Wo gehen die denn hin? Ach, komm, die gehen wieder nach unten. Äh, es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Ne, den Rest macht jetzt dann der Typ. Und wir ziehen weiter in die Richtung, würde ich sagen. Gehört das mit zu Parabell-Wingsbums? Ne, Flüchtlingslagern hat eine eigene Loyalität. Wenn ich wüsste, zu was die Mine hier oben gehört, ja. Oh, die schmeißt zum Beispiel 7.000 ab. Was haben wir noch hier hinten so? Sechstausend. Sechstausend. Drehtausend. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020